Und was ich da nämlich hinzufügen würde, weil ich finde das ein sehr treffendes Beispiel, mit dem es passiert einfach dann unheimlich viel auf einmal, wenn man das dann auf einmal versucht, mehr oder weniger organisch oder automatisch so zu führen, als wäre das jetzt dann dieser neue Punkt, den man besprechen möchte, ist ja genau diese Schwierigkeit, dass man dann auch niemanden aus dem Team so richtig mitnehmen kann. Und da ist aber wieder auch, wenn wir schon begonnen haben, Verantwortung der Führungskraft wieder zu erwähnen, dann ist ja, finde ich, auch das ein wesentlicher Punkt, dass man das auch sehr wohl kommunizieren muss, was vielleicht die Erwartung ist von der, ich sage jetzt mal, dieser Arbeitssession, weil Besprechung, das ist immer so, weiß ich gar nicht, ob das so ein schöner Begriff ist, weil der hat so eine bestimmte Konnotation heutzutage, dass das irgendwie nicht so endet. Also es hat nicht diese Flexibilität, wenn ich sage, ja, wir haben eine Session zu dem und dem. Und das kann ja eine Session sein zu, wir gehen über unsere To-dos durch, dann wäre das vielleicht eben ein Schuhfix. Aber was ich da ja so spannend finde an der Sache, ist, dass wenn ich schon in so ein, unter Anführungsstrichen, Schuhfix-Session hineingehe, dann kann ich zumindest sagen oder wäre es schön planungstechnisch zu sagen, alle haben ihre Top-3-Punkte in diese Liste eingetragen und wir nehmen uns dann dort die zwei wichtigsten raus. Die werden vielleicht gewotet in den ersten zehn Minuten, wo man so ein bisschen ankommt, man setzt ein Voting auf, dann wird dort abgestimmt, welches Thema man wirklich behandeln möchte. Und dann kann man noch immer in diesen nächsten 30 Minuten konkret ins aktive Arbeiten und Denken kommen. Aber das ist ja auch eine ganz wesentliche Kommunikationsgeschichte, dass ich schon im Vorhinein in der Planung auch allen Bescheid gebe, hey, tragt bitte eure Themen ein, an denen ihr gearbeitet habt und wir werden dann eine Abstimmung machen. Und wir nehmen die zwei wichtigsten für unser Gesamtunternehmen oder für unsere Gesamtabteilung raus und wollen die gemeinsam lösen. Also schreibt eben, zum Beispiel, schreibt eure Probleme hinein, die euch entgegengekommen sind, dann wollen wir die gemeinsam lösen. Und ich glaube, mit sowas kann man dann natürlich viel leichter diesen Prozess auch steuern und nicht einfach nur sagen, ja, ja, wir machen einen Schuhfix und dann bitte jeder hat mal fünf Minuten zu sagen, was er möchte. Also das ist wieder irgendwie diese Schwierigkeit, wo es halt für mich unheimlich dann fehlt an dieser Prozessgestaltung und an dieser Leitung. Weil da kann auch nichts Sinnvolles rauskommen. Also das haben wir jetzt noch gar nicht quasi erwähnt oder vielleicht am Anfang kurz anklingen lassen. Aber das wesentliche Learning ist ja, wenn man es nicht richtig plant, dann wird auch nichts Richtiges dabei rauskommen. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass ich ein, unter Anführungsstrichen, schlechtes Schuhfix mache und mich dann am Ende wundere, ja, eigentlich super. Nein, keiner hat gewusst, was passiert ist und keinen interessiert das.